Ich mache die kleinen Lieder, der Herz allerliebsten mein, Die heben ihr klingend Gefieder und fliegen zu dir hinein. Es stammen die kleinen Jungen vom schnalzenden Herrn Gemahl, Die kommen zu dir gesprungen über Wiese, Busch und Tal. Die Leute so gerne weilen bei meiner Lieder Chor, Doch bei der Jungen heulen, sie halten sich zu das Ohr. Und der dies Lied gesungen, der liegt allein in der Nacht Und hätte weit lieber die Jungen, ach, als die Lieder gemacht. Ich mache die kleinen Lieder, der Herz allerliebsten mein, Ist machende Lieder ein bescheiden handwerklicher Ausdruck für Dichten? Wir werden sehen. Die heben ihr klingend Gefieder und fliegen zu dir hinein. Mal wieder tut Heine so, als wäre der liebeskranke Dichter niemand anders als er, Heine selber, und dieser Dichter dichtet eigentlich für die Herz allerliebste. Erreichen tut er damit aber ein Publikum, das er hier mit Du anspricht, Denn es ist ja im Grunde genommen jeder, der diese kleinen Lieder liest, singt oder hört. Im Grunde macht Heine das, was schon Petrarca bezogen auf seine Laura machte. Es stammen die kleinen Jungen vom schnalzenden Herrn Gemahl. Dieses Schnalzen reicht, um aus dem Herrn Gemahl Einen selbstzufriedenen, aber wohl eher unappetitlichen Zeitgenossen zu machen. Die kommen zu dir gesprungen über Wiese, Busch und Tal. Eine schöne Gegenüberstellung von Arten der schöpferischen Tätigkeit. Die Lieder stammen vom Dichter, die Jungen vom Gemahl. Die Leute so gerne weilen bei meiner Liederchor, Doch bei der jungen Heulen sie halten sich zu das Ohr. Das Leid des Dichters wird zur Freude des Publikums. Die Freude des Familienvaters wird zum Leid des dieser Brot begegnenden Spaziergängers. Und der dies Lied gesungen, der liegt allein in der Nacht Und hätte weit lieber die Jungen, ach, als die Lieder gemacht. Die Jungen machen, für diese Pointe, also das Machen im ersten Vers, Diese Rabaukenbande hätte er in Kauf genommen, Wenn das der Preis dafür ist, dass er mit ihr machen kann, Anstatt allein in der Nacht zu liegen. Selbst seine Kreativität und seinen Erfolg hätte er dafür hergegeben. Das war's. Vielen Dank.